So Leute, weiter geht's. Und nun geht es direkt zum großen Turnier, also zur Wettkampf-Arena. Zu letzter erreichten sie den Wettkampf. Goku kämpfte sich durch die Vorentscheidungen und qualifizierte sich für den Weltkampf. Hey Leute! Wie lief's? Bist du qualifiziert? Und ob. Du hast es geschafft! Oder hast es geschafft? Jawohl! Hab schließlich auch hart trainiert. Hervorragend! Gute Arbeit! Okay, dann bis später! Nun denn. Die Kämpfe werden gleich beginnen. Goku vs. Gilean. Wettkämpfer Goku. Goku, bist du bereit? Goku, was machst du denn? Haha, er hat Angst vor mir. Ach, das ist das. Okay. Hab ich gut geschlafen. Ich bin Goku. Treib sein Spielchen mit mir. Bitte beginnt mit dem ersten Duell. Okay. Und fight! Oh yeah! Und Verfolgungsattacke! Und dann gleich mal so ein Kamehame aufladen. Und attack! Kamehame! Steh auf! Ah! Okay. Aber wie man hier springen kann! Und Verfolgungsattacke! Boom! Auf dem Boden! Kamehame! Ha! Und das war's für dich! Freundchen! Sieg! Sieg! You win! Aha! Ein Kinderspiel! Zwei! Goku vs. Nam? Ach so. Verehrte Dorfbewohner, ich werde gewinnen und euch Wasser bringen. Okay. Ähm, ich darf nicht verlieren. Bitte beginnt mit dem zweiten Duel. Äh, bereit? Go! Und da habe ich sein Schild gebrochen und eine Verfolgungsattacke. Kamehame. Ha! Kamehame. Komm her. Ha! Das war geil. Ähm, hallo? So, ähm, okay. Gebrochen und in die Lüfte mit dir und down mit dir, wie die kleine Bitch, die du bist. Okay, das war gemein. Und boom. Ach, scheiße, das ging an den. Okay, gebrochen und hinterher. Und das Kamehameha dürfte ich jetzt regeln. Boom! Das war's. Das war eindeutig. Sogar perfekt. Moment, davor habe ich auch perfekt. Der Sieg gehört mir, aber du warst auch ganz schön stark. Goku vs. Jackie Chun. Okay. Ich bin so aufgeregt, gegen einen solchen starken alten Mann kämpfen zu können. Ich werde dich nicht schonen. Ich dich auch nicht. Oh, dann. Oh, dann. Das Finale beginnt. Okay. Oh. Alter! Boah, der prügelt mich hier down. Das kannst du voll vergessen, alter Knacker. Auch wenn du der Herr der Schildkröten bist, werde ich dich nicht verschonen. Kamehameha. Habe ich getroffen? Ich weiß es gar nicht. So, ich war besser als du. Auf den Boden mit dir. Kamehameha. Treffer. Und der ging... Der war... Scheiße. Meins wurde schneller zerstört. Fuck. Steh auf, Goku. Zack. Kamehameha. Kamehameha. Das war zwar nicht ganz so cool, aber dennoch ganz okay. Wieso ist deine Verteidigung nicht so schnell gebrochen worden? Das fand ich scheiße. So, jetzt habe ich deine Verteidigung gebrochen und jetzt haue ich dich wieder auf den Boden zurück. Kamehameha. Kamehameha. Oh, oh. Nicht gut. Oh, oh. Nein, 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 nein. Bevor es wieder so endet wie eben. Oh nein, ich habe das Gefühl, es endet gleich so wie eben. Das war so klar, dass er meine Verteidigung zuerst kriegt. Oh, fuck. Das war knapp. Das fand ich jetzt cool. Oh, oh. Last try. Obwohl, wenn Leben 0 auch noch zählt. Wieso hat er auch das Doppelte von meinem Leben? Das ist uncool. Kamehameha. Kamehameha. Ach, scheiße. Weich aus, weich aus, weich aus, weich aus, weich aus. Huh. Weich aus, weich aus, weich aus, weich aus. Shit. Das war uncool. Nein, du machst kein Kamehameha. Wir wissen ja, dass du der Herr der Schildkröten bist, was ziemlich gemeint ist, dass du hier gegen mich kämpfst. Gegen deinen eigenen Lehrling. Also ernsthaft. Kamehameha. Steh auf. Steh auf. Damit ich dich bitch slappen kann. Kamehameha. Kamehameha. Okay, so, jetzt prügel ich dich hier windelweich. So, Kamehameha. Kamehameha. Ach, scheiße. Gohan, äh, nicht Gohan, hier, Krillin kämpft. Mach dir sich aufneut auf die Suche nach seinem Andenken, dem Dragon Ball. Du wirst schon wieder auf, du willst schon wieder aufbrechen, du hast es aber eilig. Willst du wieder nach ihnen suchen? Ja, und gleichzeitig weiter trainieren. Das ist optimal. Okay, ich mach mich auf den Weg. Über Schallwolke. Bis bald. Bravo. Äh, Sammelgegenstand Jackys Perücke halten. Jackie ist nun für den Zweikampf, Zweikämpfer auswählbar. Uh, nice. Gespeichert. So, und jetzt? Ach so, jetzt ist das mit der Red Ribbon Armee, wie es aussieht. Muskelturm. Oder auch nicht, ich weiß es gar nicht. Hm, naja, Muskelturm. Auf der Suche nach dem Andenken seines Großvaters gelangte Goku ins Land des Muskelturms. Es war ein schrecklich kalter Ort. Solch eine Kälte hatte er noch nie zuvor erlebt. Wäre Suno nicht gewesen, wäre er froren. Wo bin ich? Oh, wie süß. Ah, du bist aufgebracht. Du bist in Jingledorf. Du wärst fast erfroren. Ach ja, ich suche nach den Dragon Ball. Du gehörst nicht zur Red Ribbon Armee, oder? Oh, bei Piccolo's Revenge ist hier die geilste Musik ever im ganzen Game. Also in diesem Ort. Was sind das denn? Das sind böse Wichte? Kann man so sagen. Suno zufolge zwang die Red Ribbon Armee, nämlich die Dorfbewohner, unablässig nach den Dragon Balls zu suchen. Außerdem wurde ihr Bürgermeister im Muskelturm gefangen gehalten. Goku versprach, Suno den Bürgermeister zu retten und begab sich zum Muskelturm. Okay, dann will ich es dem Pack doch mal zeigen. Sei vorsichtig. Okay, go. Oh, die schon wieder. Also ich muss mit meinem Leben sehr jetzt aufpassen, weil, wie gesagt, ich habe ja fast gar nichts mehr. Zwei Leben. Okay, das war seltsam. Ich will da rein. Geht nicht. Okay. Haha, abgewehrt. Scheiße. Fuck. Haha. Was haben wir hier? Was ist das? Füllt das da unten das auf? Ja, Mann. Uh, jetzt geil. Jetzt kann man das Kamehameha, wie es aussieht, sogar schießen. Und nicht nur als Kugel. Ka. Kamehameha. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Nein, du machst nichts. Haha, hättest du wirklich gern. Ich bin cooler als du. Oh, da kommen doch noch Schüsse. Okay. Okay. Sonst noch was hier? Ihr Pack von einem Gegner. Okay, da unten ist noch einer. Und da zwei. Okay. Oh Gott, Roboter. Neue Roboter. Kamehameha. Da war Leben. Oder auch nicht. Okay. Was ist hier? Hättest du wirklich gern. Ach, scheiße. Er hat es doch geschafft. Wichser, Roboter. Wichser, Roboter. Kamehameha. Wichser, Roboter. Okay. Weiter, 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 weiter. Wusch. Hühnchen. Ich hab da so eine scheiß Vorahnung, aber naja. Ähm. Ja, wer hätte es gedacht? Ich weiß nicht mal, wer wiederkehrt hieß. Aber dieses Kamehameha wird sitzen. Oder auch nicht. Was uncool ist. Kamehameha. Wieso zieht das nicht? Oh oh. Hm. Ach so, jetzt weiß ich, wieso er es nicht gezogen hat. Weil man nur seinen Kopf treffen kann. Äh, was war das? Ach ja, es ist ja ein Cyborg. Also so ein Roboter. Und ich wundere mich so schon, wieso er Raketen aus seinem Mund schießen kann. Jetzt stirb doch. Komm, wie viel Leben hat der denn noch? Geht doch. Ähm. Und du stehst da jetzt einfach, oder wie? Ja, du stehst einfach nur so. What? Oh, was für ein Bastard. Äh, kann ich wieder zurück? Ja, kann ich. Okay. Weil ich hab noch nicht auf der anderen Seite geguckt. Apfel. Was das nur für ein unglaublicher Bastard eben war. Oh, kommt her. Okay. Äh. Das war gemein. So. Oh. Ein Roboter. Kann sein, dass hier das der richtige Weg ist? Okay. Nicht cool. So. Ach, wie ich Kamiamiha liebe. Kamiamiha. Ach so, ist der tot? Nein, der lebt noch. Ähm. Jetzt ist er tot. Oh Gott, wie ich die teile asse. Oh Mann. Enemy Wölfe. Okay. 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 So. Die Enemy Wölfe sind down. Dankeschön. Danke. Klar doch. Die sind auch tot. Okay. Und. Komm. Bei Piccolos Revenge waren die viel cooler, die Teile. Weil da muss man die Kugeln zurückschießen und als man die gekillt hat, konnte man mit den Fußball spielen. Und das meine ich gerade genauso, wie ich es gesagt habe. Hühnchen? Ähm. Nein. Wer kommt? Hier kommt der Ninja. Genau. Ja, du. Ähm. Ernsthaft, das ist die schlechteste Tarnung, die ich je gesehen habe. Okay, gut. Wenn du mit der Tarnung leben kannst. Wetteschön. Haha. Wie, was, hä? Okay. Na, wie fühlt man sich als so schlechter Ninja? Und jetzt? Kamehame. Ach, fuck you. Obwohl, ich habe ihn trotzdem getroffen, also. Oh, Gott. Alter. Du bist mir langsam echt uncool. Und tot. Okay, aber du schmeißt nichts nach mir, oder? Achso, da sind seine Brüder. Warte, er hatte nur vier Brüder. Was sind das jetzt für welche? Aber das ist echt gerade verarscht. Okay, gut, dann machen wir es so. Zack, 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 zack. Aber das ist echt gemein jetzt gerade. Obwohl, nein, er hat ja drei Brüder. Genau, weil er ja einer der vier war. Oh, Gott, das ist scheiße. Das ist voll mies. Okay. Ich weiß nicht mal mehr, wie viele noch da sind. Oh, Gott, ich sterbe. Okay, es sieht aus, als wären noch drei da. Der letzte. Und das war's. Okay, gut. Oh, Gott, ich sterbe. Bitte, Gegner, lasst Leben da. Wieso lässt denn kein Gegner leben? Okay. Lässt du bitte was? Scheiße. Das ist doch kacke. Ich brauche Leben. Ein Apfel. Dankeschön. Oh, mein Gott, ist das eine Scheiße. Hühnchen. Okay. Damit lässt es sich leben. Apfel. Gott, wie viel kommt denn da noch? Okay. Leute, ich würde sagen, für diesen Part machen wir einen Schnitt. Und wir sehen zum nächsten Part von Let's Play Dragon Ball. Ja. Haut rein, chill. Ciao. Ciao. Ciao.